Danke. Den nächsten Film wollen wir gleich mitbekommen. Hallo Herr Spahn, mein Name ist Stefan Schwark. Ich bin ausgebildeter Gesundheits- und Krankenpfleger, Referent im DBFK Nordwest und habe hier auf dem Deutschen Pflegetag gerade einen Vortrag zur ehrenamtlichen psychotherapeutischen Unterstützung beruflich Pflegender Psycho-Nurses gehalten. Meine Frage ist, wie Sie in Zukunft beruflich Pflegende durch hauptamtliche Psychotherapeuten unterstützen. Das ist, erstmal danke für den Einsatz in dem Bereich, war ein sehr wichtiger Bereich, übrigens ja nicht nur, aber besonders in der Pflege, wo wir sehen, dass frühzeitige Verrentungen, auch Arbeitsunfähigkeiten nicht mehr wie früher zuerst mit skeletorischen Erkrankungen, Rücken, anderem zu tun haben, gibt es auch noch zahlreich, aber immer mehr eben mit psychischen Belastungen und psychischen Erkrankungen. Das hat ja auch viel zu tun mit der Frage, wie ist die Erwartung, die ich an mich selbst habe, die andere an mich haben, wie ist das Gefühl, all diese Dinge, die da alleingelassen zu werden mit den Problemen innerlich, all diese Themen. Ich hatte heute Morgen einen europäischen Kongress auch zur Einsamkeit oder sich einsam fühlen. Das ist nicht nur ein Phänomen desjenigen, der irgendwie alleine in seiner Wohnung ist, auch das ist eines, aber kann eben sogar mitten im Berufsleben ein Thema sein. Und das braucht betriebliche Gesundheitsförderung, die nicht nur fokussiert sozusagen auf rückengerechtes Arbeiten, das ist wichtig, aber eben auch sozusagen der Seele gerecht werdendes Arbeiten, dem Wohlbefinden, der psychischen Situation. Und das ist natürlich gerade in der Pflege und gerade jetzt in dieser Pandemie noch mal stärker, diese besonderen Stress- und Belastungssituationen. Und was wir möchten, das ist auch schon gesetzlich angelegt, die großen Arbeitgeber mögen das noch organisiert kriegen, idealerweise jedenfalls. Und wichtig ist eben auch da, bin ich wieder beim Thema Arbeitgeber, dass man das nicht irgendwie als lästiges Muss sieht, sondern wahrnimmt, dass das eigentlich ein sehr wichtiges Instrument ist, sich die eigene Arbeitskraft sozusagen zu erhalten und die ausgebildeten Kräfte, die man hat. Wir brauchen mehr Tools, Angebote, es gibt auch schon Ärzte, die entwickelt sind in der Fläche. Der Pflegedienst mit 10, 15 Mitarbeitern, der kann nicht noch eine Kraft beschäftigen, die betriebliches Gesundheitsmanagement und psychotherapeutische Begleitungen macht. Aber es muss dafür sozusagen strukturierte, modulhafte Angebote geben. Technischer Art? Technischer, digitaler Art kann sein, aber es gibt ja, wir haben nach Präventionsgesetz sogar regionale Strukturen für betriebliche Gesundheitsförderung, zum Teil mit den IHKs in Verbund oder anderen Dingen. Die gibt es, aber sie sind auch schon mit guten Angeboten unterwegs, aber noch nicht so. Und wir haben jetzt nochmal gezielt betriebliche Gesundheitsförderung, gerade für die Pflege übrigens ins Gesetz geschrieben, dass ein Teil des Geldes ausdrücklich dafür eingesetzt werden muss. Und diese Module und diese Strukturen, die wollen wir weiter aus- und aufbauen, um eben die hauptamtliche Unterstützung ärztlich, betriebsärztlich, betriebspsychotherapeutisch sozusagen möglich zu machen. Aber eben nicht so, dass der 20-Mann-Betrieb einen eigenen Psychotherapeuten beschäftigen muss, sondern dass es eben Strukturen gibt, wo man die Leistung abrufen oder anbieten kann und regelmäßig dann auch in der Woche entsprechende Angebote haben kann. Gut, wir gehen weiter.